Der Herr Lehmann sitzt jetzt bei der Conny P. in der Küche, die jetzt ihr Plätzchenbacken unterbrechen musste. Hallo Conny! Hallo! Conny, wir haben nicht zusammen Plätzchen gebacken, sondern haben ein Interview gemacht zu... Ja, zu meinem neuen Album, Lebenstraum. Und das dürft ihr am kommenden Dienstag euch anhören. Im Radio! Im Radio! Link ist unterm Video! Viel Spaß wünschen euch... Conny P. Und der Herr Lehmann. Tschüss! Wir haben einen Termin!